hallo leute und herzlich willkommen zur öffnen folge ghost of tsushima so wir werden weitermachen und zwar wollten wir glaube ich in der letzten folge die mythische geschichte starten ein musikant in komatsu erzählte die geschichte von sigenerius keine ahnung ob das richtig ausspricht himmelsschlag so dann werden wir mal dorthin gehen hier geht's lang komatsu der himmelsschlag 160 meter ich bin gespannt der vogel ist auch später hier was der hier hat vielleicht bringt er mich auch genau dahin wo ich hin muss finde den musikanten komatsu ok er hat diese menschen getötet ein feuchterregender krieger er verlangte dass ich ihm die geschichte von sigenerius himmelsschlag erzähle als er die gesuchten antworten nicht bekam wurde er zornig und tötete sie was wollte er wissen ich bin nicht sicher mein herr erzählt mir die geschichte ich muss wissen was er sucht als tsushima erstmals besiedelt wurde fegte ein seltsames schreckliches gewitter über die insel wo immer der blitz einschlug erschienen wilde blitz kreaturen diese bestien rasten durch dörfer brachten tod und zerstörung und waren so schnell dass niemand sie aufhalten konnte die menschen kannten nur einen mann der es mit den blitzbestien aufnehmen konnte schigenori war bislang unbesiegt in jahrelangem training hatte er den himmelsschlag entwickelt einen so schnellen angriff dass kein auge ihm folgen konnte ok schigenori lockte die kreaturen zu einem verlassenen strand in komatsu wo der sand sie langsamer machen würde ihr duell machte den sand zu asche und bleichte die blätter der bäume weiß schigenoris himmelsschlag streckte sie schneller nieder als sie sich bewegen konnten als die letzte bestie fiel klarte der sturm auf und tsushima war wieder sicher schigenori begann ein zurückgezogenes leben nur wenige schüler fanden ihn und nur die tapfersten und begabtesten erwiesen sich als würdig den himmelsschlag zu erlernen wenn ein sturm aufzieht legt ein schüler der die stelle kennt ein schwert auf schigenoris ruhestätte um angriffe von den bestien der natur fernzuhalten ok der mörder möchte schigenoris himmelsschlag lernen er kann in den falschen händen gefährlich sein wo ist er hin eine frau floh zu einer brücke in der nähe er verfolgte sie er wird für seine taten hier büßen der himmelsschlag ok so viel brücke 100 meter ich muss erstmal wieder mit der steuerung klarkommen ich habe ein paar tage schon nicht mehr gespielt muss ich zugeben aber das werden wir schon hinkriegen müsste genau die richtung sein hier ist auch schon die brücke die brücke die der musikant erwähnte da weint jemand mein herr so viele niedergestochen habt ihr den mörder gesehen ich weiß wer er ist jasuhira koga ich kenne den namen er kämpfte für den jahri kawa klar würdet ihn wieder erkennen dieses grinsende gesicht werde ich nie vergessen kommt mit vielleicht finde ich auf der anderen seite der brücke seine spur ich gehe einfach mal hinterher hochspuren jasuhira hat er es eilig was wisst ihr noch über jasuhira koga nur dass er vor jahren ein gefolgsmann des jahri kawa klans war nach der gescheiterten rebellion wurde der klan aufgelöst und die gefolgschaft entlassen gerüchten zufolge verließ er zu schimmer doch kam zurück als die mongolen angriffen ich bin nicht sicher woher das spielt keine rolle lass seinen jüngsten taten darf er nicht weiter leben ich glaube dass hier einfach nur den spuren folgen muss auf dem boden da sind auch wieder welche gehen gehen wir mal hier hoch okay ich denke mal dass es da oben auf dem berg irgendwo ist da vorne sie errichten eine straßensperre die alte rennt da mit die forderung gleich mal hier raus wenn sie mir gut läuft kann man immer gleich drei gegner töten 80% erzählen 20% Was ist das? Ich bin der Kloco-Mage. Hier sind noch zwei Gegner. Hier sind noch zwei Gegner. Okay, die Bente und drei Pfeile, sehr gut. Ach, die Falle ist schon drastisch, die Drücke, je. Gut, wir sprechen mal hier mit dem Dorfbewohner. Wir verfolgen einen Mann namens Yasuhira Koba. Er ist soeben fort. Er hat sich im Wachtturm aufgehalten. Er arbeitet mit Mongolen? Ja. Letzte Nacht haben sie gestritten. Ich konnte nur ein Wort ausmachen. Shigenori. Ich durchsuche den Wachtturm. Sucht euch ein Versteck, bevor mehr Mongolen kommen. Okay. Mach mal auf, da ist zwar keiner drin, aber... Was hat Yasuhira getrieben? Weiße Blätter. Wie die vom Blitzgebleichten in der Geschichte. Die Mongolen haben ihre eigene Version von Shigenoris Geschichte. Vielleicht wollte er sie mit der des Musikanten vergleichen. Okay, dann gehen wir hoch. Okay, hier scheint aber nichts zu sein. So kann man hier irgendwo noch runter springen. Ah, da ist Bild, okay. Sprich mit der Frau. Yasuhira sucht nach jemanden, der in Shigenoris Himmelsschlag lehren kann. Die weißen Blätter. Es gibt solche Bäume ganz in der Nähe. Dann ist er dort. Ihr habt genug geholfen. Bringt euch bei den anderen in Sicherheit. Danke, mein Herr. Ich hoffe, ihr bestraft dieses Monster. Wir probieren es auf jeden Fall. Ich muss weißblättrige Bäume finden. Sprich mit dem weißblättrigen Baum. Okay, diese Richtung. Ach, da oben, okay. Gibt es hier noch irgendwas? Geht nochmal schnell reingucken. Ich glaube, da waren wir vorher nicht drin, ne? Naja, Pfeile. Oh, okay. Zeigst du mir was, Vogel? Oh, ne Quelle. Das ist immer gut. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Energie dann. Und unser Leben wird auch natürlich geheilt. Okay, maximale Gesundheit erhöht. Sehr schön. Schauen wir mal, wo der blöde Baum ist. Da wird er oben sein, okay. Pflaumenblüten schreien. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Okay, kommen wir nicht weiter. Aber hier müsste es gehen. Riecht ihr ab? Nee, riecht nicht ab. Okay, jetzt hört sie aber nicht, ob wir da rüberkommen. Das sieht so aus. So, dann sind wir auch schon abzielen. Da ist die Hütte, die schauen wir uns gleich noch an. Ah, das ist der Baum. Das sieht so aus, als wenn wir da rüber springen könnten. Talisman von Karo-Chi. Talisman ist Feuer. Kamis, was ist das? Schauen wir uns das gleich mal an. Talisman. Ja, jetzt haben wir aber keinen Slot mehr frei. Das ist der hier, oder? Füge bei 50% oder weniger Gesundheit zusätzlichen Schaden zu. Das machen wir doch mal rein. Das ist auch der Feuer-Talisman. Okay. Heute muss ich ja zu der Hütte hier gucken. Hier ist noch was zum Mitnehmen. Und da unten habe ich auch noch was gesehen. Aber hier kann man anscheinend nicht rein. Ah, Vorräte. Hier habe ich noch was gesehen. Okay, das andere haben wir uns spät. Jetzt schauen wir mal, ob wir da oben rüber kommen. Zu dem weißen Baum. Okay. Da kommen wir anscheinend rüber. Sehr schön. Spähen. Ah, okay. Jetzt markieren wir uns das. Ah, ist schon markiert. Okay. Kommen wir hier runter? Ah, okay. Hier kommen wir runter? Okay, sehr schön. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich bin gespannt, was da wieder für ein Gegner kommt dann. Die Fischer hier geben wir gar keine Fälle. Was ist denn los? Bambus. Na, noch ein Vogel hinterher. Dann bringt man sie wahrscheinlich wieder irgendwo anders hin. Säule der Ehre. Okay, was ist das? Frühlingsbambus. Selbst der älteste Samurai kämpft mit dem Elan der Jugend. Okay, ist das Material oder was ist das? Keine Ahnung. Wird das Spiel schon sagen, dann. Ah, hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Da wird jemand gefoltert. Ich habe schon alles gesagt! Ich bin der Fall. Schau, schau, schau. Ich tue alles. 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 Das Gewitter zieht auf. Ich tue alles. 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 Ich tue alles.